So, nochmal ein Schwenk, wie die Leute hier rumkommen. Bis Marschelstraße geht's rein. Und hier seht ihr, die Leute kommen, 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 kommen. Schätzungen sind bis 800 Leute wohl. Also ich bin auch sehr überrascht und sehr erfreut. Kommt und helft als Ordner, eine halbe Stunde früher da sein, Ausweis und so weiter. Ich hau das noch auf auf die Kanäle. Und ich will unbedingt helfen, damit wir noch mehr werden können, noch größer werden können. Damit wir pünktlicher loskommen und einfach Spaß haben. Auf geht's für die Freiheit. Freie Impfentscheidung, keine Spaltung der Gesellschaft. Lasst uns als Menschen ein Zeichen setzen. Kommt gerne mit Familien. Es ist friedlich, es ist wunderbar. Es ist einfach klasse. Und weil es auch insgesamt gut läuft und alles vernünftig ist. und ich alles dafür tun werde, dass es so bleibt, ist es als Ordner auch relativ entspannt. Man läuft einfach mit mit Weste. Und wenn was wäre, muss man irgendwas sagen, aber es ist kaum der Fall. Also unbedingt helfen. Wir brauchen wahrscheinlich bis zu 40 Ordner bald, wenn das noch mehr wächst, über 1000 bald rüber oder so. Also nur Mut, es wird gut. Yes! 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 Vielen Dank.